Hallo und herzlich willkommen zu Crypto News. Heute ein Update zu Bitcoin, der Erwartungsdruck bzw. die Erwartungshaltung, nachdem der Bitcoin Spot ETF von der SEC genehmigt wurde, war ja bei den Marktteilnehmern sehr groß. Man dachte, ja jetzt geht es richtig ab, jetzt geht es richtig hoch. Ich habe euch in meinen vergangenen Videos immer gesagt, da muss man jetzt aufpassen, das kann natürlich auch sein, dass da Sell the News Vorrang haben wird. Oft ist es ja so, die Gerüchte werden gekauft, die News werden dann verkauft. Und so ist es hier halt auch passiert. Hier ist es passiert durch Grayscale, das ist einer der größten Finanzverwalter weltweit. Und zwar gibt es da den Grayscale Bitcoin Trust. Das ist auch so ein ETF, hier ist kein Spot ETF. Es ist halt ein Trust ETF, Bitcoin Trust ETF, der von Grayscale vor einiger Zeit aufgelegt wurde. Und ab dem 10. Januar konnte man sich quasi Anteile auszahlen lassen. Das ist natürlich jetzt gerade in diesem Zeitraum gefallen, an dem dieser Bitcoin Spot ETF jetzt rausgegeben wurde, beziehungsweise ist genehmigt worden, ist rausgegeben worden von den verschiedenen Finanzdienstleistern, Finanzverwaltern, unter anderem BlackRock Fidelity. Die haben quasi ihren ETF rausgegeben und Grayscale Bitcoin Trust wurde quasi abverkauft. Und dadurch kam dieser Abgabedruck zustande, der dann im Endeffekt dazu geführt hat, dass Bitcoin wieder unter 45.000 US-Dollar notiert. Das ist der Grund, warum hier Druck aufgekommen ist und wir hoffen, dass dieser Verkaufsdruck bald beendet sein wird, dass bald diese Anteile ausgezahlt worden sind an die Marktteilnehmer, die investiert haben in diesen Bitcoin Trust, beziehungsweise dass da auch eine Umschichtung stattfindet, vielleicht in den Bitcoin Spot ETF. Da dieser auch gebührentechnisch günstiger ist, das heißt, es kann sein, dass hier einige Marktteilnehmer diesen Grayscale Bitcoin Trust umwandeln in den ETF und dadurch auch wieder ein Druck entsteht. Erstmal ein Verkaufsdruck, aber die müssen natürlich dann wieder auch gekauft werden. Dadurch kommt wieder Kaufdruck auf und dadurch sind wir momentan so ein bisschen in so einer lauer Position gerade hier durch Grayscale. Wir schauen uns gerade mal an, wie viel Grayscale halt an Bitcoin hält. Das sind 617.000 Bitcoin, die hält er noch, es waren glaube ich 700.000 so darum. Das heißt, fast 100.000 Bitcoin sind jetzt auf den Markt gekommen. Dadurch kam es zu diesem Kursrutsch und ich hoffe nicht, dass jetzt die restlichen 617.000 Bitcoin hier auch noch auf den Markt kommen. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber es werden sicherlich noch einige auch auf den Markt kommen, weil einige Gewinne mitnehmen werden, die in diesen Grayscale Bitcoin Trust investiert waren. Die können natürlich jetzt sein, dass die natürlich jetzt hier massiv Gewinne auch mitnehmen. Logisch, weil sie können jetzt Gewinne mitnehmen. Seit dem 10. Januar, wie gesagt, kann man Anteile sich auszahlen lassen. Und das könnte natürlich passieren, dass dies auch geschieht. Gut, da haben wir im Prinzip die Situation und wir schauen uns gerade mal den Kurs an. Wir sind bei 42.838 US-Dollar. Hält sich meiner Meinung nach ganz gut zwischen 40.000 und 45.000. Da ist eine starke Unterstützungszone und ich hoffe nicht, dass er noch unter die 40.000 US-Dollar fällt. Wie gesagt, momentan hält er sich sehr, sehr gut darüber. Und wenn wir uns jetzt hier auch Liquidität anschauen, dann sehen wir natürlich hier nochmal viel Liquidität hier in diesem Bereich. Gerade bei 40.000, 41.000 so darum, da ist wirklich viel Liquidität hier unten noch. Und das könnte sein, dass das hier natürlich auch ganz gut als Unterstützung dient. Hier unten haben wir ganz, ganz viel Liquidität. Das ist so bei so 33.000, 32.000 und 34.000 US-Dollar. Da ist richtig viel Liquidität hier bei dieser gelben Linie. Also spätestens da müsste er wieder wie so ein Flummi nach oben gehen normalerweise. Ich hoffe, dass es nicht so weit geht, dass er nicht so weit runter geht, sondern dass hier die Liquidität hier schon ausreicht, um hier eine Unterstützung zu bieten. Wir haben Chart-Technisch haben wir da auch Unterstützungslinien. Wir haben quasi die 50-Tage-Linie. Die verläuft bei 42.400. Also da sind wir ja auch noch nicht drunter. Dann haben wir das untere Bollinger-Band, ist irgendwo auch bei 40.900.000 US-Dollar. Und ja, also ich denke, da haben wir auch hier Chart-Technisch eine Unterstützung. Wir haben von der Liquidität eine Unterstützung. Und das dürfte hoffentlich jetzt nicht wirklich unter die 40.000 US-Dollar fallen. Wir haben RSI von 47.000. Das heißt, hier ist auch schon wieder, könnte wieder ein Kaufdruck auch aufkommen. Durch das RSI, was hier recht niedrig schon wieder ist. Wir sind zwar noch nicht im überverkauften Bereich, aber 47.000 ist schon wieder ganz ordentlich jetzt in dem Bereich. Wenn wir natürlich jetzt unter 30.000 wären, wäre der Kaufdruck natürlich noch viel, viel höher. Aber 47.000 ist auch schon ganz gut. Wie gesagt, wir haben hier Unterstützungszonen, Unterstützungslinien. Wir haben die Liquidität irgendwo bei 40.000 nochmal sehr viel. Und wir haben hier auch, wie gesagt, noch ein paar Unterstützungszonen, so dass ich hoffe, dass wir hier nicht irgendwie durchbrechen. Und wenn wir, wie gesagt, durchbrechen sollten, dann haben wir spätestens hier unten, wie gesagt, bei so zwischen 32.000 und 34.000 US-Dollar, haben wir wirklich eine mega Unterstützung in Form von ganz viel Liquidität, die hier im Prinzip noch aussteht. Also ich denke, man sollte jetzt nicht in Panik geraten, auch nicht so in geistiger Panik, dass man sich denkt, oh, jetzt geht es richtig ab, weil Rayscale jetzt alles auf den Markt schmeißt. Und dadurch der Kurs natürlich richtig abschmiert. Klar, 600.000 Bitcoin ist natürlich ein Haufen Moos, muss man sagen. Das sind über 30 Milliarden US-Dollar. Wenn die natürlich alle auf den Markt kommen würden, dann würde der Bitcoin natürlich schon ganz schön leiden. Aber warum sollten die jetzt alle auf den Markt schmeißen? Also wie gesagt, ich denke, das hängt jetzt alles mit Umschichtung zusammen, Umschichtung in den Spot ETF und insgesamt mit Gewinn, mit Namen, mit Sicherheit. Gut, das war es jetzt von meiner Seite aus zum Bitcoin und auch zu dieser Situation, dass es jetzt so weit runter ging und dass da so ein bisschen Unsicherheit jetzt auf dem Markt ist. Aber ansonsten denke ich mir, sollte man, wie gesagt, hier nicht in Panik geraten, sondern sollte das ganz locker angehen, ganz locker sehen und erstmal abwarten. Wir werden uns auf jeden Fall diesen Grayscale anschauen, noch weiterhin diese Seite, wo wir da die Bitcoin sehen, wie viel die halt noch haben und inwieweit der Druck noch weiter zunimmt oder auch nicht zunimmt. Da bleibe ich auf jeden Fall weiter dran für euch und würde mich freuen auf jeden Fall, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet und die Glocke da läutet, damit ihr nicht verpasst von Bitcoin, von anderen Kryptos und auch Aktien. Ansonsten lasst es euch gut gehen und wir hören uns wieder. Tschüss!